Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die, mit mir den Kabinen. Und wir sind hier immer noch auf der Suche nach dieser Kack-Merkbank und ich finde die einfach nicht. Ich hoffe, dass wir hier ein bisschen Glück haben. Man soll ja die Hoffnung nicht aufheben. Ich gebe ja schon hier die Hoffnung auf, ich komme hier noch nicht mal durch. Lassen Sie uns durch. Ich bin in wichtiger Mission unterwegs. Oh, ey, das ist bloß eine Spinnenwebe-Karbin. Keine Angst. Voll in ihr Gesicht. Ich gebe ihm jetzt hoch, weil... Ich wollte sagen, ins Gesicht. Aber hey. Ich lach mal gleich mal nach. Mal gucken, wie lange dauert, bis ich das Villa vergessen habe. Ist ja der Hammer. Ich hab Mama. Zum Bau. Oh. Hab ich gerne nicht drauf geachtet, auf die Uhrzeit. Er zirpt. Das heißt, die Zombies sind bald, äh... Ziemlich schnell und ziemlich stinkig unterwegs. Ja, ja. Hab ich mich ja so entschieden, das einzustellen. Na ja. Ich nach Zombies. Warte mal, Mädel. Reaktionzeit bei mir, Arsch. Nimm bitte Rücksicht. So was. Ich sag es euch. So, Pullerwasser. Ja. Ist voran. Sag mal, ist da? Ach, das... Ach, shit. Das sieht man nicht. Gut. Zum Glück war das schon kaputt. Äh, wenn nicht, denn... Jetzt. So. Scheiße. Gut. Das war natürlich die Plan. Für das nächste Mal, dass ich das nicht schon will, äh... Versuche zu looten. Klingt, ob er aufschreien tut. Nö. Alter, aber das sind das für ein Türrahmen. Ich sag doch. Türrahmen schützen. Aber die den B in Richtung. Nicht nur für mich, sondern auch für Zombies. Das ist ja doof. Ja, nee, ist klar. Will ich jetzt nicht, äh... Das ist nicht so mein Ding. Sag mal, bitte, äh... Nö. Ey, was... Ich... Ich... Ich hab's euch gesagt. Ich bin voll der Mitmessi. Gut. Ich tu mal jetzt so, als ob ich hier sortieren würde. Was natürlich nicht der Fall ist, weil ich gar nicht weiß, was ich da weggo sortieren soll. Weil ich kann das wegschmeißen. Es ist ja wirklich so, ich könntet ja irgendwann mal brauchen. Von daher irgendwann eine Büchse oder so und ich hab dann keine und dann ist der Geschrei groß. Warum hast du denn das nie aufgehoben? Vorhin hattest du noch so weit in der Hand gehabt. Ja, ja, ich kenn das. Der ist doch noch gut. Nimm ihn mit, Kabin. Ein kleines Update von Windows. So, da war aber noch ein zweiter... Da ist das zweiter Rezept. Da ist es doch schön und gut. Der geht doch mal. Der ist doch noch neu. Die schöne Bong-Tastatur. Ja, der Monitor ist ein bisschen zerkratzt, aber hey. Wer weiß, was er da... Äh, ich will das ja nicht wissen. Hallo? Mr. und Mrs. Zombie. Das fehlt bloß noch... Ja, ist doch gut, Junge. Warte mal, ich springe mal bis dahin. Und dann mach ich mal hier ihn auf. Ne, mach ich nicht, weil da ist Mutschen. Die ist stinkig. Ich mach mal hier rüberspringen. Heißen Draht. Und dann liegt blau hoch. Und dann schüss. Warum? Mir juckt die Nase. Ach, der Action ist daneben. Ich bin so der Held. Das krieg ich mal mit so'n Ding hin. Ich hab doch gesagt, ich muss so was auch daneben. Oh, die ist pissig. Die ist richtig pissig. Naja, wenigstens hat sie eine Schluppe an. Und die ist so ja noch ziemlich weiß gegen die anderen Zombies. Wahrscheinlich auch besser so. Gut, jetzt brauch ich auch nicht mehr Sneaky peeken und so, weil es ist bekannt. Das ist eine Tasche. Na, Tascha. Eigentlich sind ein Kofferkabin, aber hey. Echt jetzt? Ich schieße die jetzt in Behen. Ich versuche es. Klappt nie so jangs. Munition sparen. Noch mal. Hallo. Ich mach mal die Tür zu. Ein T-Shirt. Im Medizinschrank. Na toll. Aber dafür eine orange Ratsche. Und ein Messer. Das heißt, ich brauch mir kein Messer bauen. Ich kann jagen gehen. So, hier ist, dahinter ist nämlich was versteckt. Darf ich mich neu sehen? Danach, bevor ich hier diesen taktischen Rückzug machen musste. So, das ist dann der Ausgang Balkon. Okay, da brauch ich dann nicht mehr hin. Aber wirklich, bei Seven Days ist es immer mal ganz schön schwer, einzuschätzen, wo die sind. Ich würde zwar jetzt sagen können, die sind unten, aber hundertprozentig sicher bin ich mir nicht. Hier, die sind vor der Tür. Naja. Da war Kaffee. Da war Kaffee. Und hier ist natürlich kein Kaffee drin. Ach, ein bisschen Zeit hab ich hier noch. Ein bisschen Zeit ist noch. Vielleicht gibt's das ja zwischenzeitlich auch. Darf ich nochmal dran erinnern, dass wir eigentlich wegen Rezepte unterwegs sind. Hier, äh, in Sachen, äh, Werkbank. Okay, geht das runter. Jetzt kann sich ja kein Mensch antun. Hallo, das ist doch nicht so schwer. Das soll ich dir das richtige Werkzeug denn jete tun? Hab ich nachgeladen? Ja, hab ich. Schnabel, Mädel. Ich hab jetzt grad gedacht. Jetzt ist es vorbei. So, ich mach mal hier die Tür zu. Na, das sieht ja richtig einladend aus. Pop off the chain. So. Die waren natürlich nicht die Einzige. Ja, zum Glück, äh, ist die ganz schön stark. Aber die sind jetzt ziemlich langsam. Also, für ne Horde ist bitte, also... Ja, okay, wenn sie feins sind, kommen, ist das kein Problem. Aber meistens kommen sie das ja nicht. Also jedenfalls nicht bei der Horde. Sie sind wieder überladen. Wie kann das passieren? Ich versteh das nicht. Äh... Essen, essen, äh... Ja, okay, kann ich ruhig machen. Jo. Hä? Hä? Ich hab da W gedrückt. Rezept ist W. A ist benutzen. Na? Steigste? Ja, ein bisschen noch. Komm, komm, das schaffst du schon. Hier, drei, zwei, eins, und, äh... Hat nicht ganz gereicht. Aber, hey, ist nicht so schlimm. Hab ich nachher allein? Ja, hab ich. Schöne Zimmer. Gut, hier ist... ...drucken. Schwarze Pöper. Und haben wir hier... Oh, hier haben wir nichts. Genau, das hab ich mir gewünscht. Nischt. So, ne? Dit ist nicht gut. Hunde! Äh... Viele Hunde. Also, viele. Zwei. Ey, warte mal. Geh mal wieder runter, danke. Och, Mensch, richtig. Ich wollte zwar sparen, die Munition. Oh ja, das ist richtig gut, Fabin. Was du da machst. Jut, ich muss da hinten hin. Das ist halt kein Problem. Du schaffst es. Naja. Naja, Zombies sind eigentlich tot. Hunde hoch, alle Jut. Das ist der Himmel. Bin ich tot? Hab ich den Kampf doch nicht überlebt? Werkbank, Werkbank, Werkbank. Ja, los komm, Werkbank. Es ist keine Werkbank. Es ist so. Deprimierend. So, was krieg ich hier? So eine verjammelte Blunderbars. Nochmal eine. Äh, ich hab sie in lila, ihr Penner. Ein Knochenmesser. Okay, okay, okay. Hat das Ding überhaupt einen Wert? Nein, warum denn? Mein Inventar ist völlig überladen. Wie immer. Was hat das mir gebracht? Nichts. Ich wollte gerade sagen, wir hätten den vielleicht zugebaut. So. So. Hupf. Parcourskabin. Unterwegs. Yay. So. Pass auf, und da ist... Ich wollte gerade sagen, und da ist ein Rezept drinne. Den hätte ich aber, du, denn... Aber... Doof geguckt. Hätte ich denn. So, ich würde mal sagen, wir werden jetzt mal... Na, der händert ja schon zu. Der hat ja auch nicht mehr offen. So, Kack. Ich würde mal sagen, wir machen uns jetzt mal schnell auf den Weg nach Hause. Ja, bringt ja noch... Inventar ist voll. Was soll ich machen? Die Tür ist noch offen. Darf ich vielleicht länger auf? Ich schaffe es. 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 Egal, was du willst. Halt die Klappe. Aber ich habe keine Zeit. Ich muss Sachen loswerden. Äh, hallo? Ich will die verkaufen. Warum willst du nicht? Bist du dumm? Nimm dit. Nimm alles. Ihr will dit nicht. Ich will zwar nie, wieso. Aber... Ach, dit ist so... Gut, hier. Nimm dit. Äh, Silber hatte ich auch gehabt. Hier, nimm dit. Dann kannst du dit nehmen. Ne, will er nicht. Dit kla... Ja, oh ne, dit will er auch nicht. Wat willst du denn? Gut. Äh, Rezepte, Rezepte, Rezepte. Hä? Hast du da Rezepte, Rezepte? Ne, hat er nicht. Doch, hat er. Hier, Granaten. Ist aber jetzt nicht mehr eine Priorität. Ich hab jetzt eigentlich gedacht, dass du eventuell ein Rezept hast für eine Werkbank. Hast du aber nicht. Warum hast du denn keine Werkbank? Du bist deprimierend. Jaja, geh kacken. Aber ich mag deine Musik. Tampon, man. Ich hab jetzt gedacht... Denk mal noch mal, Karbin. Gut. Er wird gleich anfangen zu bümmeln. Und dann... Ja. Müssen wir mal gucken, wie weit wir kommen. Gut, dat kann ich nicht verkaufen. Dat will ich nicht verkaufen. Das ist auch noch was. Hallo, nimm dit. Und dat nimmt er. Nicht einzeln, Karbin. Dat kostet alle Zeit. Dat wirst du, ne? Nee, dat behalte ich... Ach, shit. Dock ich. Gut. Ähm. Ach, dat lohnt sich. Ich hab grad mal hier 3000. Das sind hier 1000. Okay, dat sind aber auch... Äh... Warte mal, mach ich 150. Äh, äh... Hä? Immer noch. Sag mal, hey, Karbin. Ich will dit rund haben. Ach, dann mach ich den 200, Junge. So. Äh... Jut, dann hab ich 100 davon. So, und... Wir werden auch gleich mal eine Quest abholen. So, 200 Meter. So, ja, hier in der Nähe. 200 Meter. In innen mündel. Dat schaff ik do. Wat soll dat schiet hin? Ich will da alles auf den letzten Drücker. Du wirst dit bereuen, Karbin. Ja, ik wies. Eventuell werd ich dit bereuen. So, der Sammelpunkt, der ist 400... Äh, 140 Meter waardig grad eben. Hallo. So. So, schon mal nachladen. Jut, eh, ja, wat kommendud. Wir sind schon mal minimal drauf vorbereitet. Ja, da ist der Sammelpunkt. Da ist das Haus. Das muss ich denn, äh, wegmachen. Mit allem, wat drinne is. Das ist aber nicht so schlimm. Das kriegen wir schon irgendwie... Bissen. Knie nieder. Wisst ihr wat? Das Haus wäre so ja noch besser, weil es nicht direkt in der City ist. Aber das ist hier in der Offenhöhe. Das ist Rupelerkecke. So. Hupf. 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 Kommt mir bekannt vor dit Haus. Nur diesmal bin ich bewaffnet, Leute. Ja, nee, ist klar. Aber sobald ich hier im Haus is, is alles gut. So, war spannend. Lucky Luke. Seid nur. Schnell und schatten. Und er ist drinne. Oder auch noch nicht. Okay. Und alle so ein bissl, äh, triggern. Nochmal durch. Danke. Ich hab mal ja noch was. So, ich guck mal, jetzt sind sie tot. Großer, großer Wolf. Ich hab gedacht, das ist ein normaler Wolf. So kann man sich täuschen. Ich nehm den aber trotzdem mit. Oh ja, ich sollte mal, äh... Vielleicht. Juh, die sind sich aber noch nie so gern küsli. Alter, ich war fast hoch, war. War auch nur fast. Die laufen aber auch nicht rum, ne? Vielleicht ganz gut für uns. Ich mach das erstmal draußen. Nicht, dass sie uns, äh... Entgegenkommen. Muss ja auch nicht sein, wisst ihr? Ente bei Nacht. Sag mal, wo sind die denn? Hallo? Die läuft wahrscheinlich in eine Richtung lang. Wie geht das denn? Da ist sie! Ich will nämlich nicht, dass sie in der Nacht ankommt, tut. Und erstmal uns fragen tut, ey, was ist denn da? Vor allen Dingen unten in den Keller. Bei Nacht. Gut, nachgeladen ist... Ja, ist... So, wir wissen, dass gleich, äh... Zombie regnet. Weil... Kennen wir. Ich werde mich hier drinnen positionieren. Schafft das? Kommt da jetzt? Dudes? Ey, du Schüter! Das war aber noch nicht alle. Es müssten eigentlich mehr Zombies sein. Das waren noch mehr Zombies. Oder auch nicht. Och, ich irre mich manchmal. Gut, erstmal hier. Eine Schippe. Los, komm, Bergbank. Eine Schippe. Oh, schön. Los, komm, Bergbank. Schippen. Ich seh da ein Muster. Jut, das ist aber jetzt nicht... Das Rezept, äh, das... Hä? Achso, durstig. Äh... Trinken. Hab ich ja hier noch mit. Das ist jetzt oben irgendwo. Ich hätte jetzt gedacht, dass hier unten irgendwo eine Kiste drin ist. Na, gut. Jedenfalls können wir uns Zeit lassen bei Ihnen durchsuchen. Ich habe ja alle Zombies jetzt weggemacht. Warte, da ist da auch noch was. Das ist eine sehr, sehr gute Idee. Okay. So, warte mal. Das muss doch hier irgendwo sein. Also mit dem Direwolf, äh... Für das nächste Mal. Protokollmäßig. Also wir sollten das nicht ausreizen. Also lebenstechnisch, Energie. Das war ja schön knapp. So, ja, für meine Verhältnisse. Äh, äh. Hm. Na, echt jetzt? Ich habe das übersehen. Und ich habe keinen Platz in dem Inventar. Das ist ein Witz. Ja, ja, ich kenne das. So. Was haben wir denn? Nicht, das ist bloß... Ahtarnung. So, jetzt habe ich natürlich die Juden... Ach, warum schmeiße ich die Schuhe weg? Ich habe nur hier Steine. Die sind doch von der Wert voller. Die Schuhe. So, warte mal. Ich könnte... Wenn ich... What the fuck? Ich habe es geschafft. So, warte mal. Ich lese das, äh. Wo waren die? Das müsste hier ungefähr... Dahinter müsste es sein. Normalerweise ist hier was versteckt. Hier nicht. Was für ein Kaffee. Das ist nämlich das, äh, wo ich gesagt habe. Kiege es an. Da ist was. Hier nicht. Das ist schade. Der hat doch schon zu, der Herr Dinger. Pass auf, wenn ich jetzt nur die Quest abjähre, ich schaffe es noch abzuheben und dann wäre ich rausgeschmissen. Ich staune, dass ich überhaupt die Quest jetzt so um die Zeit neu geschafft habe. Also nicht von der Stärke her, sondern in dieser Zeit, meinte ich. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich will schicken. Du darfst aber weiterleben. Ich glaube, das wird nichts. Ich glaube, wir kommen an und dann ist zu. Weil, wie ihr sagt... Ach, 22 Uhr brauche ich da ja nicht hin. 22 Uhr machen sie es zu. Und jetzt kriegt ich Schluck auf. Ist richtig gut. Naja, Leute. Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt schnell nach Hause. Ich werde da mal so weit halt aus einem Inventar entleeren. Und morgen gehen wir dann die Quest ab. Und dann holen wir uns gleich die nächste. Und dann... Das muss doch möglich sein, irgendwie die Werkbank zu kreieren. Ich fühle mich gerade so, als ob ich der Einzige bin, der noch keine Bergbank gefunden hat. Ist kein schönes Gefühl. Naja. Ich hoffe, das hat euch trotzdem Spaß gemacht. Und ich hoffe, wir sehen uns morgen in deinem Villa, wa? Alte Welle. Alte Stelle. Bis deine. Ich bin raus. Tschüss.